hallo guten morgen ja ich versuche mal versuchen noch ein video zu machen und ich habe ja von estria ein paket bekommen das hatte ich ja schon in einem video gezeigt und da waren die karten hier mit dabei ein ding zum pinden schöne karten drei damen das sieht alles wie die dicken damen von niederlander so sieht es beinahe bald aus alles dazu na das kennt ihr ja alle ich muss knistern bin jetzt nicht drin und der hammer grün blau grün gelb so ungefähr orange rot und kann ich ihn noch ran machen ich weiß auch nicht was klappt ups und das stativ rutscht weg sorry ich komme immer an das stativ ach ja mit meinem bürostuhl komm schon mal da dran so da wollen wir mal ach so jetzt habe ich gar nichts ach ja mach das jetzt so jetzt machen wir mal kann jetzt nicht so viel laufen mein knur und mein ziel tut immer muss mal weh so da haben wir noch kleine tüttchen dazu bewahren den wachs ich habe mal anversicht meinen anderen stuft aber ich nehme das jetzt mal mit was beginnen wir mit b ich werde das hier beginnen mit b b sieht er nun ja noch da aus naja gut das ist ja nicht so viel an stein ich mache das jetzt mal so ich mache das jetzt mal so ich möchte ja einfach sich die kleinen verhälterne holen aber ich mache das so und das glänzt wieder hier so sehr halt das sehe ich wieder nichts weil oben drüber so das fenster ist an den anbau von der küche müsste ich normalerweise woanders hinsetzen aber das kleine stücke geht auch so ich habe ja ich weiß gar nicht wie viele karten ich noch habe zum bein denn ich denke dass ich noch ein paar habe also vor weihnachten bin ich eingedeckt vom letzten mal noch sehr viele da brauche ich jetzt keine mehr zu machen kann sein dass man irgendwie weihnachten noch im frösschein kommt karten mal sehen ja die ganze zeit war jetzt sonnenschein jetzt ist die auf einmal weg gestern und hatten wir 3,5 temperatur das wollen wir schon wieder ein bisschen zu warm nehmen wir aus ja 22 reicht na gut wenn es draußen eisekalt ist dann ist es ja was anderes aber so schönes wetter war ja gestern nicht und ich dachte ich meine naja das kann ja gar nicht so warm sein ich hatte so das gefühl gehabt als ob die heizung an ist aber war ja gar nicht an also das wetter gestern doch schön es war auch schönes wetter gestern im freien ja so eine abwarten luft so richtig normale wärmer war es auch nie so trockend warm aber ich bin ja nicht draußen gewesen mein freund war draußen ach Mist dass man nicht laufen kann naja das wird man noch eine weile dauern bis es besser wird hier ist noch ein wege ich hoffe ihr seht was das ist ja mit der spiegel verkehrt aber naja anders geht es nicht so da schütte ich das dann jetzt hier rein in das kleine tütchen zurück placken mit das fest mein finger soll nicht bleiben das als glattband und kleben mit das zu das ist auch geholfen so ja es kommt dann hier rein das andere tütchen wieder so nun kommt der folgende zähne so wie das knistert das andere tütchen wieder rein so noch festhalten so noch festhalten so noch festhalten so noch festhalten ja ein bisschen kaputte finger von dem Sturz tut aber auch alles ein bisschen wei aber naja hier ein kleines Schrammchen an den Finger auch na gut das eine ist wohl weg so baby die hab ich doch gemacht die c nein das war b das ist c schließt mir ich bin schon ganz durcheinander Ja, jetzt gibt es noch Feines, nichts Neues, auf jeden Fall soll es jetzt schöner werden, kein Regen, naja, am Samstag soll es regnen, machen wir sehen, wie es da aussieht. Heute hören wir ja, Donnerstag, ja, sind schon wieder bald in der Woche um, die Zeit ist so schnell vorbei. Heute wird es mal nicht gekocht, mein Freund sagte, ich hole Chines, das ist auch lecker, haben wir jetzt auch langen gehabt, also den gekauften aus dem Chinesen im Restaurant, haben wir hier vor Ort, da schmeckt es immer super. Und das ist so viel, da kann man zwei Tage drin essen. Ja. So, es geht doch schnell, wenn so eine Karte beinden, da ist nicht viel zu tun. Ach, hier habe ich noch drei Cs, hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe gestern rund geworstet, wie kann ich denn bloß einstellen? Ich habe ein neues Stativ, ich komme nicht mit dem Ding so zurecht. Und, ich weiß auch nicht. Ja gut, mit dem geht das ja ganz gut, aber ich habe gestern was anderes machen wollen, oder habe ich gemacht. Karten auf blank weiß. Man kann da nicht so viel sehen, in dem Video. Weil ich ja auch die Karte immer drehen muss, sonst komme ich so schlecht in die Löcher rein. So, das mache ich später mit dem Pfeffer zu. So, was haben wir noch? Ah, ich werde gleich das A noch machen, wenn wir das Licht so einzeln, einzeln. Kann man was sehen. Ich hoffe. Bei so kleinen Karten sind immer viele Steinchen. Na, haben nicht gekleppt. So ein bisschen mehr aufdrücken. So, ich kann mein Bein ein bisschen ausstrecken. Ich muss ein bisschen schütteln. Ups, ich schnipps mir das auf der Hand. so ich glaube ich muss man sagen ich würde ja mal versuchen noch was mit basteln, ein Video machen wenn es klappt ich kann nicht so lange sitzen, tut alles weh es ist mal stiller ach das war dunkel da wird es dann auch so schön warm im haus da bleibt immer so viel übrig und das tue ich alles bewahren immer da habe ich so eine box, wo das alles rein kommt so, damit es wieder Zucker macht jetzt habe ich bloß noch D und E mache ich erst mal D die haben leider keine DMZ-Nummer, das ist schade bei den kleinen Sachen ist das nie dabei aber ist auch nicht so schlimm wenn man irgendwas selber machen möchte kann man die verbrauchen ich habe sehr sehr viele Steine übrig könnte ich ja auch mal wieder ein großes Bild machen ich weiß bloß noch nicht was für eins ich dann machen könnte etwas vom Motiv so 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 die ist auch schon fertig das geht ruckzuck kleine Karte da ist nicht viel zu machen haben wir wieder eins fertig kleben wieder zu dann kommt das in meine Box erstmal so rein ich muss noch so vieles als passieren die nicht anzupfütschen und ich hab doch mal irgendwie ein was selber basteln karten machen naja painting karte machen das wäre auch eine idee die so sauvi ihr seid noch alle da oder ich bin noch da da so dann haben wir das letzte ich hab dann noch ein painting wird äh karte das sind mit lebkuchen ich hatte ja ein Stückbild gemacht mit Lebkuchen und da habe ich jetzt noch eine Karte, auch mit Lebkuchen ja, ich mache das schon sehr sehr lange, schon von Beginn an wo das rausgekommen ist ja, mein allererstes Bild war ein Weihnachtsstern gewesen ein kleines, die hatten es so schöner, aber die Preise waren wahnsinnig teuer das kann ich mir nicht leisten, da war es erst ein Bächchen, hat es mehr gekostet dann mit der Zeit später wurden die Preise ein bisschen lager, weniger aber jetzt ist wieder alles gestiegen, bei uns auf jeden Fall und wieder was geschafft, die Karte ist fertig, hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe, genau, das sind nur die Kleider, die ich gepeintet habe und die kleinen Tätschen noch einmal gucken so sieht es fertig aus ich kann ja noch eins dazu machen, da ist das wie typisch länger das war hier jetzt muss ich wieder knistere da ist auch wieder alles dazu da darf man ja nicht schön so sagen das kennen sie ja alle da kann ich das dann hier mit reintun, dann ist übrig bleibt vielleicht sind das auch dieselben Farben das ist heller das grün ist ja heller am Versich könnte ich das auch nehmen das dunkler ist oder heller ist da brauche ich mich aufzumachen ne, die hier ist heller das ist heller und das ist dunkler ich werde das hier mit heller machen ich mach mal dunkles grün hier rein den Dammbau wenigstens den Dammbau wenigstens da habe ich das ja auch verkauft da darf der nicht genau präzise dasselbe sein und das wird mir reichen für den Weihnachtsbau dann machen wir das so der hat natürlich andere Buchstaben denke ich mir ne das ist dasselbe sogar so da verarbeite ich das schon gleich mit da hebe ich mir die anderen Steinchen auf brauche ich die Tüte nicht aufzumachen und ein bisschen dunkle Farbe ein dunkles grün das geht auch so so mal sehen wie viel oder bleibt immer noch was übrig ja dann war es ist auch grüner mal sehen wie das aussieht wenn ich das jetzt alles mache hier da hätten die, wenn das in ein Set gewesen ist, müssen die Karten auch dasselbe die selben Farben nehmen wenn die auch grün ist und da auch grün ist aber zwei verschiedene Farbtöner ach ja da ist noch ein Stückchen Tannenbaum ja mal ein Pinting Bild machen hier in dem Video es kommt jetzt ganz wenig alle sind nur noch anstecken Stückvideos zu machen, da muss man doch auch mal was anderes machen so und immer noch sehr viel in Brüsch also wieder zurück dann muss ich dann noch mal neu zumachen machen noch ein Klebeband drauf da ich das andere kaputt gemacht hab na so mal gucken was ja noch ist ja das habe ich jetzt auf jeden fall nicht f ist weiß, das habe ich auch nicht höchst höchst ein rotes das ist ein ganz anderes Foto b und c ist das das ist auch c ja c schauen wir an c ach da unten ach das ist nicht viel das ist bloß die Spitze ja das c ach da kann ich das ja nehmen und hier habe ich eh ne das die Farbe habe ich ja nicht hat das der Kopf ne das der Körper mit der Farbe normal muss das doch eh braun sein eh ja genau es muss ja braun sein b was haben wir an b das ist das rote das könnte ich hier nehmen das habe ich gesagt das ist a na da kann ich das a für das hier nehmen das ist das blau haben wir hier nicht das grüne habe ich schon und den Farb dann auch nicht also die zwei kann ich noch brauchen ist nicht präzise die Farbe so das war dann was habe ich hier gesagt mit dem gelb das a das ist a warum ist das a hier so durch nello normalerweise müsste es gehen dass er immer a b c d hier ist alles durch nello hier ist d c b f a e also gelb war a wo sieht denn die ganzen aus ach das ist ja gar nicht und da habe ich so vier und da sitzen nur die a sitzen in den Tonnenbaum hm 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 das wars hehe das is haller das war's da haben wir ja ganz schön viel gelber Farbe übrig so und das wollen wir das rote machen, das rote war B das ist auch nicht viel, ah doch die Gartin so 5 ist rot, die Farbe gefällt mir da haben wir die zweite Karte oh das sieht aus wie Regen also das haben sie überhaupt schon angegeben heute früh war so schönes Wetter ach man, ich würde sagen es ist nur die ganze Zeit ein April Wetter mal sehen was ich dann heute noch mache, ich muss dann erstmal mein Fuß, mein Bein hoch nehmen und mal sehen da wollte ich einen Kaffee Sampler machen da habe ich lange nichts mehr gemacht ach nee, ich habe ja noch ein Bild zu machen, was im August und ach so, das ist ja Stück wert ich habe ja mein Soll geschafft ich muss ja noch 4000 Fahnen stecken nee, dann muss ich erstmal Fahnen stecken machen aber seit Montag, nee, seit Dienstag ich weiß auch nicht hab ich schon irgendwie suche ich schon Sinn, auch nicht oder Lust, ich weiß auch nicht warum vielleicht kommt es da von den Schmerzen und dann habe ich ja wieder eine Weihnachtskarte satt genug davon ich denke, dass ich bestimmt 30 Karten habe finde ich noch mehr ich weiß gar nicht mehr 14 mal gezählt das sind alles Karten die meisten Karten sind alles mit Pinting sieht man was ach, hatte ich nicht was mit C wollte ich nicht irgendwas hier mit C machen mit einer anderen Farbe ich glaube, es regnet ich höre Tropfeln durch das Fenster oben auf dem Dach die Lücke da wenn es regnet, dann hört man es es kann auch ein Vogel sein auf jeden Fall, es ist dunkler geworden die Sonne ist weg es wird sofort, dass Sonne da ist also das Wetter haben sie ja gar nicht angegeben heute schönes Wetter soll es sein ach, ich hatte jetzt die Tage Probleme gehabt mit meinem Handy ich konnte keine Videos hochladen dann gesagt, das kann doch nicht sein was habe ich dann für ein Problem dass das nicht funktioniert oh, dass ich selber draufkomme selber draufkomme dass ich das nochmal ausmache und neu mache oder ansetze nee, darauf bin ich nicht gekommen das wurde mir dann gesagt ah ja man merkt, dass man alt wird hier habe ich ein A vergessen jetzt muss ich noch einmal das A machen noch ein A machen das gelbe so, das auch wieder zu ein Stimmchen ich hätte es doch eh irgendwie ich hätte das nicht gut diese noch mal das war zäh, das sieht auch besser als mit gelb oder orange das grüne kann weg, das habe ich auch fertig knister, 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 ccc, da ist auch nicht schwer, das ist nur das vom Röckchen, der Rand, die Spitze na, jetzt habe ich wieder angelegt, das ist ja eine Angewohnheit, wollte ich ja nicht mehr machen das klebt auch gut an den Stift sind aber auch ganz schön viele Steine übrig, das hat man immer bei den Karten ja, da braucht man bloß noch F und E, E, F nur noch zwei Farben machen auf jeden Fall braun und weiß braun und weiß braun und weiß das kommt auch wieder hier rein kommt dann in die Box ich bin immer nur müde da kommen die zwei auch weg ich habe hier so eine wunderschöne Schere wie sieht man das schau mal die habe ich damals von Kuntupund Mine gekauft das ist ein tolles Ding hier die schneidet doch sehr gut so dann machen wir mal F das ist auch nicht viel ich bin gespannt wie das Video geworden ist manchmal gucke ich manchmal gucke ich Pfost ist so ich tue auch nichts verändern verändern die Umstellung die eine Koma jetzt schauen wir mal ja das haben wir auch und dann wieder zukleben ich habe meine steine noch gar nicht so lange nicht mehr gepeintet allein macht von meinen Eltern das Bild, das muss ich auch noch weitermachen wir haben noch nichts weitergetan das muss ich auch noch machen weil mich das ein bisschen ärgert wird, weil der vater sein sollte, wie es normal ist naja, ich muss das doch erstmal weitermachen, vielleicht sieht es doch gut aus ich ärgere mich bloß für das Geld es ist ein sehr großes Bild, also ich hätte das woanders nicht für den Preis gehabt so groß ist, muss man so sagen ja, dann muss ich auch unbedingt noch was machen dann werde ich mir vielleicht einmal noch ein Perlenbrett zwei oder drei Bestellen beitoasten let's see let's see man kann die dann noch stabeln wie jünger holen mit zehn Stück übereinander und kann nur Stück für Stück immer was kaufen. Na gut, das ist beinahe geschafft hier. Mein Freund ist auch wieder zurück. Ich möchte das hier mit euch noch fertig machen. Sehe gerade schon wieder einen Buchstabe vergessen. Oder ist der abgefallene? Kann man nicht sein, ich habe doch kontrolliert. Ach, man wird alt. Vielleicht habt ihr das gesehen und habt gerufen. Nee, ich habe es nicht gehört. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So. Okay, dann noch die zwei Köpfe. Und dann haben wir es geschafft. Hier, nach hier unten noch, die Arme, die Beine, so und noch die Köpfe, die Steine fliegen hier durch die Gegend. Ah, vielleicht ist das mir abgegangen, dass das hier unten, dass dann einmal fehlt. Ne. Da habe ich schon wieder ein weißer hier liegt. Es geht doch flink. Es will nicht. So. Wieder ein Lebkuchen gemacht. Also zwei. Ein Männchen und ein Weibchen. Und ein Lebkuchen hat mich ja gestickt. Das ist auch kappenmäßig gemacht. Und ein PINCLE in und ein Lebkuchen. So. 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 Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. So. 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 like this. noch So, halten wir bei mir das kleine Stehenschen. So, okay. Das haben wir fertig. Hier ist der Knöpfer. So, das ist auch das Stoff. So, das war's. So viel ist übrig. Das kommt dann in die Sammelkiste. So, wir haben's fertig. Ja, okay. So, und wieder zwei Karten. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Donnerstag. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.